Kennt ihr schon den schönsten Weihnachtssupermarkt in München? Achtung, wir verlosen eine Xbox One S. 10 Einkaufsgutscheine zu je 50 Euro, einen Reisegutschein im Wert von 500 Euro und ein paar Beats Solo Pro Kopfhörer. Macht jetzt bei unserem kostenlosen Gewinnspiel mit. Worauf wartet ihr? Um teilzunehmen müsst ihr das schönste Weihnachtsfoto von unserem Rewe Markt in Feldmoching machen. Ladet es anschließend auf Instagram hoch, markiert unseren Markt und gebt ihm einen Like. Macht mit, wir wünschen viel Spaß! Schnappt euch jetzt unsere neuen Beats-Kopfhörer beim Gewinnspiel. Na, Lust auf Urlaub? Dann gewinne einen Reisegutschein für 500 Euro von der Touristik. Unsere Gutscheine sind bis Ende 2023 gültig. Mach mit und gewinne eine Xbox One S. Wir verlosen Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 500 Euro. Kommt vorbei! Ihr Rewe Markt Serdar Kayacan, Walter-Sedlmeier-Platz 6, direkt an der U- und S-Bahn Feldmoching. Von Montag bis Samstag von 6 bis 20 Uhr für Sie geöffnet.